Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Paul Pogba! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und den macht er mit seinem schwächeren, Buschi. Ja, so schwach kann er aber nicht sein, wenn er damit trifft.